Ich seh'n mich hier, Malo. Der Korsens, Rettetiert. Battle Royale! Gas nähert sich deiner Position. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Dann gehen wir mal hier unten, Lampi. Oh, er flimmt zwei bei uns. Sie nehmen mich ins Visier. Wahnsinn. Das ist auch einer. Unter uns sind auch innen welche. Wenn sie snaggen. Ah, ist im Baum. Nein, das sieht man ja. Geht ein bisschen zu, was? Im Gebäude da. Achtung, dabei sein das Rohrner hat wenig eins. Rettflug zur Basis. Oder? Nein, oben ist er. Oder? Echt? Ich sehe noch nix. Kommt jetzt. Schön. Hast du beide erwischt? Ja. Nice. Der eine hat auch nicht gewusst, wie sie haben geschickt. Ich nutzt gerade eine Kiste. Und genau in dem wir auch einen Blick sehen. Hallo. Guck du, so kleine Schlampe. Guck mal wer da ist. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was das für ein Ding ist. Zuckerrausch. Zuckerrausch. Zuckerrausch und halb gespannt. Ja, schauen wir gleich Feuerwehr. Halb gespannt? Ist das eine AC? Irgendwas, glaube ich, oder? Weiß gar nicht. Feuerwehr. Ich brauche noch ein bisschen Malikation. Ich bin drauf a fliegen. Ja, komm. Ich bin drauf a fliegen. Anscheinend nöt. Ist das von mir auch noch? Ich glaube, die sind zweiseitig gekommen. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt ein... Alter. So verschossen. Das sind zwei Leute. Das ist ein Schieß. Das ist ein Schieß. Das ist ein Schieß. Das ist ein Schieß. Die Kupfer hat einen Schieß. Die Kupfer wurde verabredet. Die Kupfer wurde besikt. Der Anleiter wurde versarmt. Die Sarm wurde da vorne beschädigt. Das ist ein Schuss. Da oben im Dach ist er. Sieh gleich davon! Wo? Da hinten am Dach ist er da oben gewesen. Sicher nicht mehr. Ich weiß nicht wo die andere hin ist. Der Fericum ist zu müde oder nicht? Weiß ich nicht. Ach so, wo fällt er, oder? Hab ich schon. Hast du schon, okay. Weil sonst hätte ich dir die andere gewinnen. Wenn die Scharfschützen spielen, dann tue ich den Runner. Jetzt sind ich mir da unten. Unser Team ist in der Sicherheitszone. Okay. Er fällt jetzt ab. Ach, der ist hoch. Der ist hoch. Ich habe ein paar Primärgranaten hier. Der Hüge, wie gibt es hier? Der Hüge, wie gibt es hier? Büsse. Sagt er, ich hab dich. So schnell, ob ich die zwei nicht erwarte. Das ist ihre Claymore. Ich habe noch einen. Oh, der ist hoch. Wo bist du denn hin? Vom Schlaf Selbstred zu, oder? Alter, mein Geheber hat das Leben gerettet Hahahaha Gut, dass ich es nicht mehr habe, gell? Da ist es zuz Hab ich ja Ja, komm wieder eine Die war gut gespielt von mir, die Glemoa Das waren beide jetzt so... Hey, Robert Was? Also, du kannst Loa kaufen Was hast du gemeint? Robert kann man sich holen Ja, was waren beide? Das war jetzt generell gut gespielt Ich habe mir gedacht gehabt, ich setze einfach ein Klemer um den Stein Weil falls uns einer umrennen will Vor werden Dass der mit dem LKW direkt dort den zusammenführen will War eigentlich die U-Marsen Ah, das ist eine falsche Nummer Ich Idiot Ich weiß gar nicht was das hieß, aber das ist eine gute Waffe eigentlich Besser Hier ist ein Schärfschützengewehr Hier ist ein Schärfschützengewehr Hier ist der Rote Hier ist der Rote Ich habe mich verdruckt Ich bin nicht geghostet, gell? So wie der Gell? Hier ist ein Schärfschützer Hier ist der Lothar gebraucht worden Hier ist ein Schärfer Hier ist das Die Hände Hier ist auch der Heli Na... Das ist... Das ist ein anderer Heli, oder? Die Hände markiert Die Hände sind viele scharfschützer! wo? ah, siehren! ich bin nicht so, hallo! broken! eines noch! zweites broken verändere position! verändere position! anders kauften! wo sinds? ausrüstungslieferung ist unterwegs! ausrüstungslieferung, zwei stück sehr gut die Sachen sind kalt worden sie sind abgegeben worden jetzt gehen wir vier, ich komme ja, kommen wir nach vorne broken! da ist auch noch vorne erledigt rechts schießt noch was aber nicht nach uns der vordere markiert der ist hin der hintere, der ist da da ja, der ist da in der Grenze, habe ich gesehen ausrüstungslieferung fast tschüss Ich hab ihn vorhin gesehen, ohne Ränder, da, Ränder ist hinter, schon gut, Auto eingestiegen, fährt weg der, der ist hinter weg von meinem Auto, so, wir sind nämlich neu, weg aus dem Asus, dann lasse ich schauen, wie wir attackieren wollen, es ist die Eliminierung, da sind die Mechaner drinnen, hinter uns, Auto, weißt eh schon, da ist gekauft worden, wechseln die Position, verbündete Drohne ist in der Luft, Radarsuche wird gestartet, oberhalb, da rennt er runter, scheiße, ich hab ihn nicht gesehen, wo, da vorne ist er noch gekauft, ich geh in die Richtung, unten an der Antone, rechts, wo, ich tu bei meinem blauen Mark, wir sind rechterseits weg gesehen, ich schieb sie auf der Karte, im Gebäude war er drin, weg von vor, zweite Bigglau-Ship von wahrscheinlich, oder ist ein Rechtskrieg, oder ist ein Rechtskrieg? Ja, ich rück mich dahin hin, um zu zweit, um zu zweit, um zu zweit, um zu zweit, Wenn wir zusammenlegen, haben wir nochmals genug Bedrohne. Knock. Ich bin nie vorangesnapt worden. Tür ist zu. Er ist wieder aufgekommen. Nein, ich bin von der Seite angeschossen worden. Oben am Gebäude ist noch einer. Welches Gebäude? Oben auf dem Turm. Die sind hinten beim Berg euch aufgeführt. Bergturm? Ja, die sind hinten. Diese Dinge, die das heißt. Die sind von da weg. Siehst du den Kabak? Von da haben sie dann zurückgekommen. Freiheit zu verdienen, Soldat. Von da oder was? Von meinem Markt. Naja. Du hast ja eine Drohne gekauft, oder? Hat dein Team genug Geld, kann es für deine Befreiung bezahlen. Ich hätte ja nicht geglaubt, dass da noch welche sind. Standort markiert. Ausrücken. Die sind oben vom blauen Marken gekommen, die Wichser. Die, die mich geschossen haben. Die, die mich geschossen haben. Ich habe mich auf die anderen zwei fixiert. Die, die wir vorher festgenagelt haben. Das war der Fehler. Ich verstehe, warum du hinter dir Schüsse hast. Wie siehst du jetzt? rechts unten ich bin doch oben durch die U-Bahn aus dem zweiten Auffeur, ich bin gerade oben ich verschecke den zweiten Auffeur . . . . . . Okay. schießt vor oben links links oben hinten dort durch den baum schießt er alles wieder schade der ist hinterhalb zum haus gewesen Schätze, wir werden durchstampfen. Jetzt wird ein anderer nachheben gegangen sein. Ich habe ihn nicht mehr. Das ist ein Schwer, ich habe ihn nicht mehr. blicken